In der heutigen Zeit ist das Thema Energieeffizienz nicht mehr wegzudenken. SMC unterstützt Ihr Unternehmen gerne dabei, durch verbesserte Energieeffizienz einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Deshalb bietet Ihnen unser Experten-Team eine Reihe von Dienstleistungen rund um das Thema Energieeffizienz an. Bei diesem Prozess beginnen wir mit einer grundlegenden Überprüfung der Drucklufterzeugung, bei der wir Druckverluste und Druckdifferenzen aufzeichnen. Durch die Installation von Durchflusssensoren können wir Verbräuche und Spitzenlasten identifizieren. SMC kann eine Bewertung der vorhandenen Druckluftspeicher- und Verteilernetze im Werk durchführen. Zur Analyse der Druckluftqualität können wir Prüfgeräte installieren, um einen grundlegenden Überblick zu erhalten und eventuelle Taupunktprobleme zu erkennen. Auch einzelne Maschinenanalysen können wir durchführen, bei der wir die Daten über einen definierten Zeitraum erfassen. Gleichzeitig kann SMC auch die Verbrauchsdaten aufzeichnen und so den Gesamtzustand und die Effizienz der Maschine bewerten. Wir überprüfen insbesondere die Dimensionierung und den Zustand der Komponenten auf etwaige Beschädigungen und Abnutzungen. Hierbei achten wir vor allem auf energieintensive Anwendungen wie Blas- oder Vakuum-Anwendungen, um den Energieverbrauch zu optimieren. Abschließend wird eine Leckageanalyse durchgeführt. Dabei kann mittels eines Ultraschallmessgerätes das Hauptleitungsnetz und die Maschinen im Unternehmen überprüft werden. Mit diesen Daten wird ein Energieeffizienzbericht erstellt, der das Einsparpotenzial aufzeigt. Senken Sie Kosten und steigern Sie Ihre soziale Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit. Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck mithilfe unserer Energy Efficiency Expertin. Wir unterstützen Sie gerne auf diesem Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017